Willkommen zu einer weiteren Folge von Bobblehead Boy, das bin ich und Pilzgefährte, dieser Typ hier. Wir gehen jetzt weiter zu Klab Klab seine Mission und abklappen. Ich verspreche ich ihn da, die Haar ab. Ich schätze euch. Uff, was war das für Musik bei uns? Dann mal kommt die epische Musik und vernichtet meine Ohren. Boah, zu episch, zu episch. Ich hab genau 20 Minuten. Gut, ich bin am Berg. Wer ist unser erstes Ziel? Wir suchen einen Ring, der einem Loser namens Kajang. Kajangu konnte mit seinem Feuertanzring unversehrt über Lava laufen. Aber er war so tollpatschig, dass er mit dem Gesicht voraus in den Fluss flutzte. Gut durchgegriffen, blieb von ihm nur noch der Ring. Haha, dumme Menschen. Warum versteht sie nicht, dass ein Rat immer besser sein wird als zwei Beine? Da können gleich doppelt so viele Dinge schief gehen. Kein Wunder, das hier sauernd durch die Gegend stolpert. Kannst meine Tornados da was machen? Oh, was war das gerade? Oh, meine Augen! Nicht meine Augen zerlegen. Brauche ich noch. Okay, okay. Kleine Kloppen. Das wird ein bisschen anstrengend. Oh. Ich glaube, weil mich das Licht blendet von hinten und seitlich. Naja, sollte genau 20 Minuten dauern die Folge hier. Klingt gut für Borderlandsen. Wie schnell wir hier fertig sind dann. Hast du meinen Pilzgefährten angespuckt? Da haben wir Pilzgefährte. Okay. Immer schön schauen, ob wir alle Subsidien sehen. Wo ist das Subsidien? Das ist eine gute Kiste. 15 von 30, dass ich schon mal gut hab. Da ich seh was. Mehr Obsidian. Ach Mist. Mehr Obsidian Dough. Ich hoffe, sie machen es mir nicht zu schwer, Finger zu finden. Finger finden taugt mir nämlich gar nichts. Ja, ich hab die Musik auf 100 drauf gedreht, damit man ein bisschen was hört. Aber es ist wichtig für die Atmosphäre. Es gibt wertvolle Atmosphäre verloren. 21. Hm. Was haben wir noch? Hier. Ich bin fertig. Junge. Ah. Ich spreche doch was aus. Da. Obsidian. Ah. Wirklich. Zu den Viechern runter. Kohlefräser. Tja. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. mit diesmal schon blitzer.de sollte man nicht übersehen können hey das habe ich gleich gesehen das nehmen alles auch eine option ist wir haben schon 30 von 30 session dann haben wir das schon mal abgeschlossen das ist gut das ist gut ganz glättig wird er wieder rumnerven was habe ich blaues aufgehoben eben abriss eminenz apra kadapa bleibt ich habe letztes mitbekommen dass deine tina die gleiche synchron sprecherin ist wie von lisa simpson und nicht nur lisa simpson sondern auch pikachu und das ist mein ach so hier gehts wieder zurück rauf verstehe mein weg zurück gut das brauchen wir ich habe ich habe das schaden gemacht das mit dem blauen loot ist gut es ist einfach nicht dasselbe wie einen ring von einer echten hand abzubrechen zu brechen ha ha gut gemacht schweb jetzt das magische klein gut wer braucht das ding eh nicht mehr magische was ruhe ruhe tanze regen auf zum nächsten teil mir schwebt mir schwebt etwas richtig cooles vor brunalds umhang befindet sich irgendwo in der frostsäcke auch auffällig dein meister hat ja einen befehl auf eins brunald war ein mächtiger mama der die frohbeute töten wollte er dachte dass sein umhang der kälteresistenz ihn schützen würde wir können mit den optionalen handwerksregeln auch eigene ausrüstung herstellen das klingt kurz langweilig und wir haben keine zeit für diesen scheiß ja andere zu töten und auszurauben ist deutlich schneller und aufregender aber das ist eine handwerksquest meine süße süße freddie ich verspreche dir dass wir beim nächsten mal so viel langweiligen wo willst du dass ich hingehe siehst du sie müssen durch meine krepp krepp das ist weit warum tut ich mir das an ok wir haben dann packen einfach den rechten teil der höhle das schaut interessant hier aus aber wir nehmen noch ein bisschen munition mit ach der verfolgt mich hober zwerg pack mir den nein ich wollte euer kind nicht töten ich schwör war unbeabsichtigt die vierte wird schon richten die ruhe ist noch offen und richtung wiii vivankirum vivankirum in action ja granada machst du was ja granada fliegt in der luft was für eine überraschung das hätte ich mir jetzt nicht gedacht das ist ein uuuu was bist du spin ah wer damit woanders spin nein klamotten hab ich noch gar nichts gemacht das sollte ich mir mal anschauen das nächste mal sehe ich das richtig dass wir versuchen wollen den typ nicht zu reizen he 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 ihr habt sie gehört keine sorge das wird bestimmt super einfach ihr zwei seid ja auch sowas von feinfühlig richtig sensibel oh sensibel können wir wir sind sensibel fähig oh unter uns ich finde es so süß dass du das auch noch glaubst achso jetzt wir gehen uns gerade Richtung einen anderen Sidequest wo man verhandeln muss sensibel sein deswegen haben wir von sensibel sein herumgeredet Wohlwerk der Atmung hm warum nicht wir probieren sie war das jetzt ein Shield was war das jetzt oder Assos ist ein Shield wir wollen nicht sensibel sein wir wollen reinkrachen und alles wir werden nicht behandelt holen wir machen Sachen ab um alles nimmt alles sie bestehen naja uh so Du Glückspilz. Danke. Der Glückspilz ist durch wen? Ja, da ist noch, da gibt es noch. Da kann sie alles nehmen, dass der eingebaut, dass das nicht funktioniert hat. Alles nehmen, komm. Nein. Hat nicht funktioniert, alles nehmen. Typische Clip-Clip-Mission, alles was nervig zum abbauen ist. Abbauen ist zu wenig Action. Jetzt zeigen sie mir noch was an. Ich sehe es nicht. Da ist der Roman! Ach, der steckt fest! Du musst das Eis weg hatten, um ihn freig zu legen! Was für ein Borde? Du. Was hast du zuerst gesagt? Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Mich... Mich interessiert jetzt. Kurzgefärgert! Das lässt sich nicht achten! Töte die Kobolde, um ihren Eis sauber zu brechen und den umhanglos zu eisen! Du spürst eine große Gefahr in der Nähe! Du trauert nach Kobolds Art um mich! Mit einem 21 Fürst des Eis! Mit einem was? Und nichts von Wert! Du hast keine Sekunde gelebt. Kann es das wert gewesen sein? Durch den Punkt der Frohwolde ist der Umhang frei von seinem Frotzzauber! Stand mit dir! Bevor noch mehr Frohwolde auftauchen! Und über die... Erz... Die Erz... Ich bin ein Erdmagier. Wie spiel ich das? Weil ich so tiefe... Magier tiefe Stimmen haben! Sehr männlich! Very Badass! Ich umhänge dann ausrüsten! Verdammte Acke! Warum sag ich ständig Acke? Egal! Kehr zu mir zurück! Aber halt nicht! Oh, schreckt nieder! Was wäre, wenn wir diese tollen magischen Gegenstände einfach für uns behalten? Das klingt nicht gerade heldenhaft! Was redest du da? Wir haben ein reines Gewissen! Wir hätten da draußen fast ins Gras gebissen! Hey, das reimt sich! Ja, aber wir haben uns bereit erklärt, eine Quest anzunehmen! Eine Quest basierend auf einem Haufen von Lügen! Wenn ihr die Quest nicht beenden wollt, gibt es keine EP! Oh, aber ich bin so kurz vor meiner supercoolen Klassenfertigkeit! Dann weißt du, was du tun musst, Valentino! Oh, wer hätte gedacht, dass Heldentum so voller moralischer Ambiguität ist! Was würd ich sagen? Hier stammt Fälschung drauf auf dem Ring! Also ich glaub, die wollen wenig die Sachen! Nur blau! Kann man Clap-Trap gehalten! Ob er den Umhack trägt? Das wäre noch interessant! Okay! Und das gibt's diesmal! Du hast deine Leerstelle heimlich an jemand anderen untervergeben, nicht wahr? Oh, Tonhammer! Wie heißt die Schmiede, gelte mir den Kopf ab! Einen unserer Köpfe zumindest! Ja, Meister Tonhammer! Es ist nicht so, wie es aussieht! Ich hab mir nur bei Kleinigkeiten helfen lassen! Du weißt ja, dass ich die Werkzeuge im oberen Regal nicht erreiche! Die echte Arbeit hab ich ganz allein gemacht! Na gut! Dann zeig mir mal deine echte Arbeit! Mit Vergnügen! Lea! Ähm, du da! Drapiere meine Werke auf der Puppe! Auf das Meister Tonhammer sie gestohlen möge! Die gestohlenen Werke, ja! Ha, siehst du Meister! Ich zeig dir doch, dass ich das hinkriege! Sieh dir diese Schönheiten an! Oh, kunstvolle Arbeit, Lehrling! Sie tragen die Handschrift eines Meisters! Die des Meisters, um genau zu sein! Ich habe sie geschaffen! Ich hämmere dich und deinen liebigen Freund, du blutigen Wettmannen! Ja! Nein! Ich bin dein Meister! Oh, weißt du, du haben mal wo es kam! Brrrr! Ja, der ist... Was hat mich da jetzt geschlagen? Er hat Freunde! Nicht fair! Ja! Der Immunität gelesen! Zu! Weg hier! Komm, noch mehr Freunde! So! Komm, noch mehr Freunde! So! 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 Dornadas! Dornados! Der macht auch Dornados! Das wachs für ein Timing! Nein, weg mit hier! Weg mit mir! Ist aber nicht schneller! lauf down Jetzt werde ich das Rücker. Ich wusste, dass ich befördert werde. Du kannst die Hacke dieses Schwachkopf üblings behalten. Ich werde es hier eh nicht benutzen. Nur Idiotenbau-Nerzler. Oh, Kleppbräck. Hier, nimm deinen Lohn und verschwinde. Du hast einen Angst zum Töten von Schmiedemeistern und kommst deshalb nicht zum Ernehmungsprogramm in Frage. Irgendein anderer verzweifelter Abenteurer wird dich schon bei mir setzen. Ganz richtig. Hey. Tschüss, Klepp-Krepp. Neue Punkte. Oh, was gefällt mir? Du bist so oft, was ich will es in Abklingzeiten reinhauen. Kann ich da was schon machen? Oh, was habe ich gerade gedrückt? Nein, das brauchen wir eigentlich nicht. Schon zu spät. Schon zu spät. Blitzgefährte kann mich dann heilen. Viel Abklingzeit, das brauche ich. Ganz wichtig, Gott. Mehr Tornados für mich. Ja, ja. Episode. Oh, boah. Das ist so boy. Na, so muss es sein.